Hey Leute, willkommen zu meinem Video zu Rocket Wasting. Und ja, es kommen zwei Tage Back-to-Back-Videos zu Rocket Wasting. Das war eigentlich nicht der Plan, aber ich habe mir gestern im Video mal die Weltrekorde für jede einzelne Map angeguckt. Und ich habe versucht, mir für jede Map so ein, zwei Sachen zu kopieren. Es passiert zwar immer noch, dass man Schwachsinsrunden hat, aber ich war gestern runtergefallen auf irgendwie 5% und habe mich jetzt inzwischen wieder nach 20% hochgespielt und hatte mehrere Runden, wo ich Back-to-Back gewonnen habe. Und davon war ich jetzt so positiv angetan, dass ich jetzt halt nochmal ein Video machen möchte. Also wenn ich vorher auf der Map durchschnittlich irgendwie Siebter geworden bin, ist das jetzt so Vierter, Fünfter, Dritter. Die zwei Runden, die ich gestern Abend gewonnen habe, da war ich auch irgendwie mit einem Abstand wie 3-4 Sekunden Erster. Also relativ stabil. Welche ist es? Das Erste oder das Zweite? Zweite, okay. Da kann ich ganz zum Ende die Abkürzung nicht, aber ist egal. Äh, mein Schluss ist eingefroren. Uh! Ja, der Glitsch, dass das Spiel einfriert, habe ich inzwischen wieder. Der war weg, aber seit so 3 Tagen passiert das halt wieder. Aber gut, dass es früh passiert. Lieber früh als spät. Hier will ich, glaube ich, sogar hinter den Gegnern sein. Dann willst du hier an der Wand sein. Ich fammel das doch. Weil hier die Abkürzung, die kann ich noch nicht gut. Aber du willst so da an der Wand sein und dann da hoch. Okay, so. Auch hier oben rum und dann jetzt hier diese Bußfeld hätten. Ah, ein bisschen gefammelt, aber egal. So, und dann hier. Dann nimmst du halt nämlich einfach vierfach doppelten Buß mit. Das ist ziemlich, ziemlich heftig. Aber ich kriege die Map halt überhaupt nicht konsistent hin. Auch hier die Abkürzung an der Wand. Da gibt es eigentlich noch drei Bußfelder. Okay, da auch. Ist halt noch ein Prozess, bis ich das besser kann. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ohne diese Abkürzung wäre ich ganz woanders von der Platzierung. So. Du willst hier das hitten. So. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen gefammelt, aber da hast du einfach mehr Bußfelder. Ah, ganz knapp, den Buß nicht gekriegt, komm. Ah, Pain, 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 Pain. Hätte ich ja den Buß gekriegt, wäre es nochmal besser gewesen. Aber Platz drei. Und ich verspreche euch, wenn ich nicht diese Taktik mit dem Fahnen genommen hätte, dann wäre ich nicht dritter geworden. Weil oberhalb der Röhre hast du an der Röhre einmal ein Bußfeld, rechts ein Bußfeld und dann ganz oben. Also, ich habe da ja bestimmt vier, fünf Bußfelder noch verfehlt. Das ist die neue Map. Da habe ich noch so grob, was ich machen muss. Ah, ich habe da nur gemerkt, weil ich einen Eimer einsetzen muss. So. Ja, ist aber kacke. Gut. So, der ist da oben gefahren, der müsste es zu driften. So. So, und zwar hat der geboostet, nachdem der das Feld davon geüttet hat. So. Verpasst. Das wird verpassen. Ich stimme da nicht zu ein, dass ich überhaupt einen Buß verpassen kann. Ich drücke es vom Timing ungefähr immer gleich. Das Spiel entscheidet einfach manchmal, dass ich den Buß verpasse, dass ich angeblich zu früh drücke. Nochmal gleich Buß in der richtigen Stelle. So, jetzt habe ich auch nichts zu früh gekriegt. Ich habe trotzdem vorher geüttet, aber ich habe nichts zu früh gekriegt. Hier muss man auch nochmal boosten, um es weggedrängt zu werden. Ist nur so halb passiert. Let's go. War okay. War okay. Ne, also da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Übung. Ich habe mir halt nur gemerkt, boosten, wenn ich da das eine Bußfeld tische. Ich weiß nicht, wie viel das Epic Games wirklich hilft, ehrlich gesagt. Weil ich hätte gerne sowas wie den Punkt Kollision. Ne, ich mache mal nur das. Ich hätte gerne mehr abgestimmt. Für jede Map habe ich mir so eine Kleinigkeit gemerkt. Ohne, dass ich gegen eine Bande hauen. 400 km hatte ich. Ohne, dass ich was dafür konnte. Ja. Falsch gedriftet, falsch gedriftet. Ne, ich habe es, ich habe nur ein bisschen gebordelt, aber da willst du driften. Ich, man kann uns nicht erkennen, weil die Hitbox quasi unsichtbar war, aber ein anderer Spieler hat meinen Wagen in der Luft unsichtbar gerammt und dadurch konnte ich legitim nicht so fliegen, wie ich wollte. Weil die unsichtbare Hitbox vom anderen Spieler meinen Wagen unsichtbar weggerammt hat zur Seite. Ne, also die Sweet One Taktiken, die helfen auf jeden Fall. Ich werde auch jetzt besser abschneiden als sonst. Also normal wäre das Rennen für mich jetzt gelaufen, Platz 11. Aber mit den richtigen Taktiken ist vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Okay, der Boost hat einfach nicht gezündet, okay. Also es hilft, es hilft richtig krass. Aber nach wie vor, durch die Kollision, so wie die funktioniert, hast du in jedem Rennen ein Glücksspiel, ob du eine Chance hast oder nicht. Gut, der Speed kam jetzt immerhin. Ich musste gegenstehen, ansonsten hat der andere Spieler mich weggerammt. Anderer Spieler hat mich gerammt, Feuer gilt es vorbei, okay, ja gut. Aber ich habe noch zwei Boost, das könnte ein guter Schlussprint werden. Naja, fünfte oder so. Vierter, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich claim mal kurz für den neuen Wagen ein bisschen was. Ach, ich kann auch Peter Griffin mir holen, ne? Dann muss ich alles von Seite 11 kaufen. Muss ich alles von Seite 13 kaufen? Was ist das denn für eine Regelung? Gib mir doch einfach, ich habe mir den Battle Pass doch schon gekauft. Die zwei Maps, wo ich wirklich dominiert habe, nach denen ich halt die Weltrekorde mir angeguckt habe. Die sind noch nicht gekommen, leider. Ja, so hier drüber, klar, immer noch. Ich habe Full Boost, ich mache es mal kurz, Just to Fun. Nein, okay, nein, 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 okay, das hat nicht geklappt. Gott. Verpasst, ich hasse es, nein, ich verpasse es nicht, Spiel. Ich verpasse, es ist so stupid. Okay, hier ist einer durch. Gut. Ich muss sagen, die Boost-Mechanik gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht. Mit den doppelten Tab gefällt mir nicht. Aber ich fände es... Oh Gott. Oh, null Kammer, ich war gerade bei 300. Oh. Ja, es kommt wieder in die Burg. Der Gutmachung von eben. Ich käme ihn mal wieder durch. Oh, was war das? Was war das? Der hat doch geboostet. Wieso hat der geboostet? Ich habe es nicht gedrückt. Ich schwöre, wie soll ich denn da auf Y schlenke? Ja, gut. Ich lege mal hier einfach nochmal. Ja, okay, ganz ehrlich. Da helfen auch die besten Taktiken im gesamten Spiel nicht weiter. Dass ich überhaupt nicht letzter geworden bin. Obwohl ich halt irgendwie vier, fünf Mal kaputt gegangen bin. Wild. Irgendwie Pech mit den Maps. Die Maps, wo ich wirklich gut geglänzt habe, die kommen nicht. Dave, die Ente ist in der Runde. Liebe Grüße. Hinterm ersten Ring übers Gras fahren, da ist ein Boost-Feld. Dann beim Schloss oben sind zwei Boost-Feld. Da musst du auch mal hindriften. Weiß nicht, ob ich das kann. Und dann, wo der eine Boost unter der Strecke ist, musst du oben drüber. Hä? War der nicht da? Ich käme mir gerade einfach nur einen Drift durch. So, okay. Hat schon mal nicht geklappt, den mitzunehmen, aber hier oben rum. Schon mal gut. Ich fahre diese Strecke übrigens erst zum zweiten oder dritten Mal. Die kommt halt leider nicht so oft. Ansonsten, ähm... Ansonsten könnte ich wahrscheinlich schon besser die Abkürzung mitnehmen. Hä? Aber da ist doch ein Boost-Feld. Hm, okay. Zumindest ein Boost habe ich mitgenommen. Driften, Carrying. Ne, machen schon einige hier. Ach, der ganz rechts ist der. Okay, gut. Wie gesagt, ich fahre das jetzt hier zum ersten Mal, seit ich das Video geguckt habe. Okay, ist in Ordnung? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ne, ich nehme es mit. Ich habe viel gelernt. Ich wurde wieder gerammt. Lieb ich. Ne, dann willst du hier durchdriften. So. Ist clean. Ist wirklich clean. Ja, ich kämpfe wieder für ein bisschen Fluss im Leben. Das ist wieder alles. Das ist wieder mein persönlicher Rocket Racing Kampf. Kannst du halt machen, wenn du halt nicht weggerammt wirst von anderen. Und wirklich einfach clean ein Rennen durchfahren kannst. So, ich pushe trotzdem doppelt. Dreifach. Dreifach, dreifach, dreifach. Ich nehme jetzt gleich nochmal. Komm, wir wollen, gib mal den Boost. Ist nicht gekommen. Doch. Wieso kommt der Delayed? Nein, ich habe nicht... Der Boxenstopper ist die. Oh, toll. Da weiß ich auch noch die Speedrun-Taktik. Ich kann es halt nur nicht reproduzieren. Normal würde ich hier halt... So, ich sage mal, fünfter bis letzter werden. Ich denke, mit der Speedrun-Taktik kann ich... Besser... eine Platzierung rausholen als das. Sonst hat er hier geboostet. So, dann hier oben drauf. Erfragung, du machst das auch richtig. Der macht auch, der hat da gedriftet. Ja, der macht auch gute Sachen. Habe ich nicht gut gemacht. Das ist jetzt mein Fehler gewesen. Da kann ich mich nicht schuld geben. Da habe ich falsch gemacht. Zu lange an Drift festgehalten. Und dann ein bisschen gewollt. Da, du es kombinieren. Das gefällt mir nicht. Ach, ist nie gekommen. Ist nie gekommen. Ich habe gewartet, wann mal der Turbo zündet. Ist einfach nie gekommen, der Turbo. Ja, gut. Okay, da habe ich jetzt auf jeden Fall vier Meter weggeworfen. So, da aber boosten. Okay. Vielleicht muss man schon mal nicht noch einen Boost mehr haben können. Der wird was reingeben. Ist okay. Okay. Aber wie soll man da denn hin? Also, ist schon klar, wer kommt da hin? Aber wie? Das ist so knapp. Und auch da, also. Aha. Da habe ich den einmal gekriegt. Jetzt gibt mir das Zauberschloss. Da hat einer noch das Zauberschloss Auge gekriegt. Let's go. Ja. Achter. Ist okay. Ich werde weiterhin, immer wenn ich hier auf der Strecke bin, versuchen, die riskante Route zu nehmen. Wenn ich das kann, gewinne ich easy. Weil kein anderer hat das gemacht. Es gibt halt die Map mit der Baumabkürzung, hätte ich gerne noch gezeigt. Was gafft, aber erfolgreich. Ging hier noch, klar. Kann mir einer rational erklären, wie ein so ein Platz mich killen kann. Aber vorher knalle ich Orina gegen einen Baum und das killt mich nicht. Keiner von den Gegner fährt die beste Route, ne? Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wird der fünfte Platz. Okay, ist das okay. Na gut. Aber ihr merkt, die richtigen Taktiken retten einen schon. Ich konnte es leider nicht so zeigen, wie ich das gerne hätte, aber ich bin schon eine Stunde aufgenommen. Aber gut. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Vielen bis zu sehen. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Ciao.